so hier müssen wir gleich links sehr bekanntes gebiet ja hier bin ich auch schon mal gewesen mehrmals glaube ich aber nur gefühlt ja ich hab's nicht nachgezogen ja könnten auch 10.000 mal gewesen und bei den hochhäusern die du gerade noch da gesehen hat es am horizont ja da war eine sommerheit ich weiß jetzt nicht mehr welchen tag dienstag oder mittwoch der erste dienstag oder mittwoch im monat war der stemm da konntest du alles war der voll mit wenn du welches also hat es und hattest keinen bock mit der anmeldeturtur für elektro musste man damals noch gebühren sogar noch bezahlen ja dann hast du einfach alles dahin gefahren und dann wird zugeschmissen so sind wir unser müll der was ist gewonnen viel wir können auch mal nach gettoff fahren zum tierpark ist schon hier durch den werk hoch und dann bist auch in einer halben stunde stunde in gettoff schon heute doch nicht ich sag das können wir doch mal machen wir waren doch schon einmal da ja aber man kann doch immer wieder hinfahren so toll war das jetzt nicht auch wieder hin ja da wo ist wisk ja 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 da ein foto festhalten gut achso ja ja das ist ja hier zwischen hier sind auch raudigs naja geht ja sowieso leicht bergab ja ich fahre hier auch nur mit speed lang wenn der tag dann wirklich von der radtour dann zu ende ist dann habe ich noch genug akku so dass ich hier mit 23 also mit mit unterstützung 23 frank kann sind der dauerhaftung 25 wo ich sag so jetzt nach hause keine lust mehr und kapte wap und runter wap morgen früh soll es neblig sein glaube ich dachte mein wetter bericht kann gut sein aber ja aber ja also montag dienstag mittwoch auch da haben wir auch oktober langsam und ende september sei glaub ich ist doch wieder zeltabsteller ne nein das frag ich nicht das weiß ich nicht sowas weiß ich nicht auswendig kapte ist auch müde und 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 ja es geht die ganze zeit jetzt weg hoch naja jetzt haben wir mal hügelchen ja wenn du aber kaputt bist dann ist das stück hier auch schon zu viel ich weiß wovon ich spreche ich muss es nicht ausprobieren den Fahrrad gefahren werden. Und wenn dann seine 80 Kilometer schon hinter dir haß und da sind die letzten Meter, oh, dann bist du nur am Schieben. Und das Schieben ist jetzt schon lästig. Heutzutage, oh nein, deswegen sind wir Katzen unheimlich und ihre beiden Abspreiznummer. Das sind Hinterschenkel, wa? Ja, lautes Textteil, ne? Ah, komm, fangen wir wieder neben dem Onkel. Oh, da hole ich ihn direkt. Ja, ich will mir gucken, dass die Ausdauer jetzt so langsam weg ist. So. Oh, guck mal, das ist auch gleich 80. Die Uhr ist gleich 8. Hat der Papa noch nicht gelacht. Ja, ich muss nur hier mit der Kamera ein bisschen. Ja, ich muss nur hier mit der Kamera ein bisschen. Weil außer Hauptstraße und Autos ist ja nichts mehr hier. Und da brauche ich da ja nicht so viel rauszensieren. Dann kann ich das einfach auch hier hin und dann ist gut. Ja, das ist richtig. Hier wollte ich auch immer mal rein in den Actionladen. Ja, ich sehe so Ramschladen, wo du ganz günstige Elektronik bekommst und alles und Krimskrams halt. Ja, ich sehe es noch mal rein. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Schmutz. Das ist ein Schmutz. Hast du schon eine leise Ahnung wo wir sind Katze? Nein? Okay. Ganz klar. Weißt du wie du das gerade gesagt hast? Wie so ein typischer Almag. Wie so ein Almag. Und gut, dass ich nicht kalt, wenn sie das Mädchen bin. Ich darf mich über euch lustig machen. Und ich bin ein Perverse. Ich darf mich auch lustig machen. Und wenn ihr sagt, sei rassistisch, sag ich nein. Nein, ich bin nicht weiß. Ihr seid rassistisch. Weiße Menschen sind rassistisch. Aber nicht die anderen. Nein, nein. Komm, einmal die Muschi durchschütteln. Genau. Knack, knack, knack. So. 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 Mit dem Weg aus dem Weg, wenn wir mal eine neue Prache schauen. He. Ja. Ja, Christoph und Constanz. Können wir auch nochmal lang fahren, ne? Ja. Können wir Mufi hallo sagen. Das war echt die Krönung, wie ich das dachte. Könnte man ja Muri mal besuchen. Ja. Einen Moment. Das war mal. Ja. Ja, das klingt lustig. Oh. Umwelte Nacht. Zerfüllen ihn. Ha. Unnötig. Schreiß es ab. Ich kann nur sagen. Das sind 5% mehr CO2-Ausstoß dieses Jahr. Oh je. 5% mehr. Na dann. Jetzt musst du leider gehängt werden. Ich hoffe doch tot, oder? Ja, das ist meistens das Ende von Hängen. Hängen. Ah. Okay. Schade. Aber in Wirklichkeit bin ich ja gar nicht tot. Ich bin nur zu faul wieder aufzustehen. Ja, das kann auch sein. Nur. Ich habe einfach. Man ist nicht automatisch tot. Man ist nur zu faul wieder aufzuwachen. Okay. Ich bin nur zu faul. Ja. So. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Guck mal. Der muss laufen. Der muss laufen. Der Bastard. Ja. So Katze komm raus. Du auch. ab zum onkel siehst du schon hast du hier eine marktlücke entdeckt sonntags bis 18 uhr oder so auf hat der hat sonntags sich auf nein das ist eine marktlücke ja aber ich glaube die berechtigung hat er nicht so weit ich weiß braucht man gar keine mehr fraut mich nicht eine extra genehmigung verbraucht nach beliebem aufmachen darf ja wisch wisk guck mal kann ich gleich noch den akku wechseln passt noch so vor den kopf zumindest hat das mein geschäft mir erzählt so haben wir zwei sonntags mal ausgemacht weil der dorffest war ah ok hat gut viel kimmel in der kaste ja glaube ich da sind wir beim onkel beim onki onkel doch sind wir dass die hier auf dem rettweg parken aber echt jeder jede meine herrscher im Moment richtig so 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 Es ist ja nicht so! Was ist das? So, Er sitzt da wieder wieder in die Maka. Na ja toll, jetzt hol ich die Gokko runter drunter. Na? Du bist schon einer. Du bist schon einer, ja. Du bist schon einer. 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 Das ist ein Loch. So, wir haben hier eh gleich brot. Da brauchen wir uns noch nicht mal beeilen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fangen wir mal an. Der ist bald frei, fahren wir hier mal an. Hier vorsichtig lang. Los aufs Kopfschirmpflaster. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jederцен der R